Wenn ich jonglieren könnte, würde es jetzt wahrscheinlich tun mit den drei Objektiven. Okay, vielleicht nicht wirklich. Egal, sei es drum. Wir testen heute drei 56mm, frisch rausgekommen, verfügbar für verschiedene Bayonette. In der Regel Fujifilm X, Nikon Z, Sony E-Mount. Einmal von Zero-E, 56mm mit einer Blende von 1.2. TT Artisan mit einer Blende von 1.8. Und Viltrox, ganz neu, ziemlich günstig mit einer Blende von 1.7. Sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Mehr dazu jetzt im Test- und Vergleich. Hier haben wir sie, die drei Objektive. Einmal von Zero-E, einmal von TT Artisan und einmal von Viltrox. Ihr seht schon in Sachen Optik, sie könnten fast nicht unterschiedlicher sein. Einmal das Zero-E, das längste und auch mit Abstand das schwerste mit knapp 420g. Unterscheidet sich immer ein bisschen je nach Bayonette. Dann mit knapp 250g, das TT Artisan mit einer Blende von 1.8. Und dann mit 190g, plus minus ein bisschen, das Objektiv von Viltrox. Und auch offensichtlich mit der kleinsten Baulänge. Lichtstärke 1.2, 1.8, 1.7. Also das Viltrox minimal lichtstärker noch als das TT Artisan. Aber trotzdem nicht irgendwie großartig schwerer oder größer, sondern sogar noch ein Stück leichter und kleiner. Was ihr auch schon seht, bei allen drei Objektiven ist eine Streulichtblende mit dem Standard-Lieferumfang. Interessanterweise bei Viltrox eher so tulpenförmig gebaut. Normalerweise würde man bei 56mm ja denken, lieber eine größere Geli einfach dran packen, damit die effektiver ist. Aber gut, hat man sich warum auch immer dagegen entschieden. Sieht halt eher nach einer Geli für so 23mm aus. Alle drei Objektive haben manuellen Fokusring, keinen Blendenring mit drin, kein Autofokus, manuell Fokusumschalter. Also in der Hinsicht eigentlich alles ziemlich Basisausstattung. Und alle drei Objektive, ich zeige es nur mal exemplarisch, hier einmal am Viltrox haben hinten einen USB-C-Anschluss, um Firmware-Updates zu machen. Kleine Besonderheit vielleicht noch beim TT Artisan, da ist der USB-C-Anschluss hier in den Deckel eingebaut und wird dann über die Kontakte übertragen. Da müsst ihr also aufpassen, dass ihr den Deckel nicht verliert. Jetzt aber natürlich zur Bildqualität der drei Objektive. Und alles getestet in Sachen Bildschärfe zumindest an der Fujifilm X-H2, also einer 40 Megapixel-APS-C-Kamera. Das heißt für Sony E-Bajonette oder Nikon Z, das war schon das Anforderndste, das ihr da gerade ranschrauben könnt. Wir fangen erst mal an bei Offenblende, das heißt eine 1.2, 1.8 oder 1.7 und das Ganze im Bildzentrum. Und ich glaube, hier muss ich nicht viel sagen, außer das Viltrox ist eigentlich das Einzige, das man halbwegs scharfe nennen kann. Sowohl das Sirui als das TT Artisan sind halt einfach extrem unscharf oder ich habe es mal so formuliert, katastrophal, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Und selbst wenn wir jetzt abblenden auf Blende 2.8, das Viltrox, klar, wird natürlich noch ein Stück besser, das sieht wirklich gut aus. Und sowohl das Sirui als auch das TT Artisan kommen selbst bei Blende 2.8 mit Mühe und Not so ein bisschen an das Level ran, das Viltrox schon bei Offenblende schafft. Ich würde sogar beim Sirui sagen, das ist sogar noch ein Tick darunter. Also das ist in Sachen Bildschärfe ein ganz klarer Gewinn im Bildzentrum schon mal für Viltrox. In den Bildecken wird das Ganze natürlich nicht besser, aber man muss auch hier sagen, das Viltrox bei Offenblende, also 1.7, es sieht schon ziemlich gut aus. Und ihr habt de facto keine chromatische Aberration, also dafür, dass es so ein kleines leichtes Objektiv ist, toll rauskorrigiert alles. Das Sirui und das TT Artisan sehen nicht wirklich gut aus. Ich würde hier sagen, dass das TT Artisan ein bisschen besser noch ist als das Sirui, aber scharf sind beide definitiv nicht. Und selbst wenn wir auch hier wieder abblenden, Blende 2.8 so ein bisschen runter, naja, also klar, das Viltrox sieht halt immer noch gut aus oder halt noch ein Stück weit besser. Das Sirui hat schon mal eine Ecke aufgeholt, beim TT Artisan gab es für mich noch gar nicht so viel Verbesserung. Man muss aber der Ehre halber sagen, das Sirui hat die chromatische Aberration auch sauber rauskorrigiert. Und selbst beim TT Artisan ist das jetzt nicht allzu schlimm. Also das passt schon mal so weit. Verzeichnung bei allen drei Objektiven jetzt nicht weiter schlimm. Also klar, es sind auch 56 mm, da erwarte ich nicht viel. Venetierung relativ ähnlich bei allen dreien, das passt so weit. Naheinstellgrenze 50, 55, 60 Zentimeter. Das ist okay, also keine Katastrophe im Sinne von 1 zu 10, 1 zu 11. Ihr habt so einen Abbildungsmaßstab von so 1 zu 6 bis 1 zu 8. Da kommt man schon mal so ein bisschen näher ran und das Sirui ist da tatsächlich von den dreien sogar das Beste, das ihr habt. Aber das ist okay, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht der große negative Punkt, das ist dann schon eher die Bildschärfe. Und insgesamt muss ich, glaube ich, nicht viel sagen, außer das Viltrox wischt wirklich mit den anderen beiden hier den Fußboden auf, was schon erstaunlich ist. Und gerade das Sirui mit Blender 1, 2, dass man da schon wirklich eigentlich in den Bildecken bis Blende 5, 6 effektiv gehen muss, damit es halbwegs scharf ist. Da hätte ich mir auf jeden Fall mehr erwartet. Aber gucken wir doch mal, wie sie sich beim Film schlagen. Denn das sind ja nur 8 Megapixel, wenn man in 4K filmt. Also Bildschärfe eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Und da sind dann Sachen wie vielleicht das Bokeh, Fokus-Bruising und Co. viel wichtiger. Aber das gucken wir uns jetzt mal an. Den Fokustest machen wir mit der Fujifilm X-H2 zuerst mit dem Sirui 56mm bei einer Blende von 2,0. Wie dann auch bei allen folgenden Objektiven, damit ihr hier mal so ein bisschen gucken könnt. Und stabilisiert sind hier alle drei Objektive nicht. Alle drei haben einen Schritt-Motor-Autofokus. Also auch da ändert sich so gesehen erst mal nichts. Fokus-Bruising würde ich sagen halbwegs moderat. Bokeh durch die 11 Blendenlamellen sieht natürlich schon ganz nett aus. Und jetzt wechseln wir mal auf das TT Artisans. Das TT Artisan ebenfalls bei einer Blende von 2,0 an der Fujifilm X-H2 mit den absolut selben Einstellungen getestet. Tracking funktioniert nicht so gut wie beim Sirui oder noch schlechter, wie man es auch mal nennen möchte. Weil das Sirui jetzt auch nicht so verkehrt war in der Hinsicht. Also wahrscheinlich das schlechteste Objektiv von den dreien in Sachen Autofokus. Fokus-Bruising könnt ihr euch jetzt auch nochmal anschauen, wenn ich jetzt ein bisschen näher rankomme, wieder zurückgehe. Also alles um alles ein bisschen Mittelklasse-Objektiv und damit jetzt zum Schluss nochmal auf das Wildrocks. Ebenfalls bei einer Blende von 2,0 getestet an der Fujifilm X-H2. Vom Autofokus besser als das TT Artisan, nicht ganz so gut wie das Sirui. Das sind wahrscheinlich hier in unserem Vergleich den ersten Platz ein. Wildrocks auf den zweiten, das TT Artisan dann auf den dritten. Fokus-Bruising könnt ihr jetzt auch nochmal kurz reinschauen, wie sich das hier verändert. Aber als in allem alle drei Objektive nicht stabilisiert, alle drei Objektive formell mit einem vergleichbaren Autofokus. Stichwort Schrittmutter-Autofokus. Aber wie man sieht, es gibt schon noch Unterschiede. Das Sirui, also tendenziell zum Film vielleicht doch ein bisschen spannender und das Bouquet mit elf Lendenlamenten auch nochmal ein müh besser. Aber ich würde sagen, um all das kümmern wir uns jetzt nochmal im Fazit. Welches der drei Objektive sollte man sich nun kaufen? Das Sirui kostet so knapp unter 400 Euro, das TT Artisan in der Mitte so 180, 190 und das Wildrocks 160, 170. Also obwohl sie alle drei günstig sind, immer noch eine ordentliche Preisdifferenz zwischen den dreien. Für uns als Kunden sehe ich natürlich perfekt in Sachen Bildqualität. Ihr habt es ja gesehen, muss ich nicht viel sagen. Das Wildrocks wischt mit den anderen beiden hier wirklich einen Fußboden auf. Also das ist ja bei Offenblende teilweise noch schärfer als die anderen beiden abgeblendet bei Blende 2,8 bis 4. Je nachdem, wo man jetzt hinschaut. Also das ist schon wirklich überragend. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Es gibt noch einen ganz kleinen Punkt für mich, der vielleicht fürs Sirui spricht. Und das sind die Leute, die damit filmen wollen. Jetzt nicht, weil es so besonders toll aussieht, sondern ihr habt natürlich mit elf Blendenlamellen noch ein bisschen besseres Bouquet. Ihr habt de facto kein Focus Breezing mit drin. Das sind so Sachen, die kommen dem ganz schon zugute. Ihr habt dadurch halt auch Blender 1,2 statt 1,7, also auch noch ein mächtigeres Bouquet tendenziell. Und mal realistisch, selbst 4K-Video sind ja nur 8 Megapixel. Da ist das jetzt mit, es ist nicht ganz so scharf, nicht so schlimm. Also es sieht immer noch soft aus, gar keine Frage. Aber es stört halt nicht so, wie jetzt bei einer 40 Megapixel Kamera beim Fotografieren. Deswegen, da kann man glaube ich damit noch ein bisschen eher leben mit der schlechteren Bildqualität. Und da ist kein Focus Breezing unter Umständen, einfach ein wichtigerer Punkt. Aber sonst ganz klar und wie gesagt, es ist ja auch am günstigsten. Ich würde sonst zum Wildrocks greifen. Wie seht ihr das zwischen den drei Objektiven oder würdet ihr auch das TTA-Diesel nehmen? Haut es mal gerne unten in die Kommentare hinein.